Also wir haben Hinrunde eine richtig geile Saison gespielt und gefühlt alle Spiele gewonnen. Und überraschenderweise auch gegen Gegner, die sehr stark sind, wie zum Beispiel Teltow und Rangsdorf, welche aus der OSL vorher gespielt haben. Ja, natürlich kann man auch sagen, auch wenn die Rückrunde nicht so ganz erfolgreich dann lief, war es trotzdem eine geile Saison.